Willkommen zurück zu Lesplay. Prepare to die. Ducks was remastered. Servus. Servus. Der Verrückte und der Alkoholiker sind auch da. Und Hannes. Hi. Nervous. Lars, du bist so ruhig. Ich vermisse dein famose Stimmchen. Und deinen jugendlichen Frohsinn. Lars. Ich denke, er ist nicht da. Lasi-hasi. Ah, ist nicht da. Alter, diese fette Sonne, die hier reinscheint. Brace the sun auch in der Facecam. Das Tageslicht, es brennt. Hula-hula-hula-hula-hup. Hula-palu-la. Was hat der mich getroffen hat? Was hat der für einen Schwung drauf, der Junge? That's what she said. Oder ich auf der Tanzfläche. Ich bin gleich tot, 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 ich bin gleich tot. Hau-hau-hau-hau-hau-hau-hau-hau-hau-hau-hau. Da kommst du schon tot an. Nööööööööööh. Ja, quasi, weil ich schon weiss, was du Weiss, was der Course hier drin habe. Hä, der ist auch noch mal weg. Seid ihr noch da? Ja. Eingämle-sauber ist weg. Den haben sie gekillt. Mhm. mhm ah jetzt hast' was Södan du musst die Sound-Effekt machen Ok, äh Park 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 ähm Ting schwamm papapapapapapapapapapapapapapapapppppp rsch rept digamos kla μ bam wusch 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 qrus glöcke piuu juu 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 p 건 juu 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 iuc Albion ich höre wie der war es, ihr könnt damit aufhören da ist jetzt das nirgendwo sag mal Kinder, dass ich den Hörner gelassen habe ich hab keine Kinder jetzt habt ihr über Dance Battle, was ihr wolltet ja dancing on them klick, klick, klack, klick, klick klick, klick, klick ja klicks 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 klar, ich mach keyword klicks 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 Patschu. Oh. Patschu. 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 Klik. Klik, klik, klik. Patschu. Patschu. Klik. Klik, klik. Wie ist der denn jetzt hier? Der tanzt mich hier an, glaube ich. Ich bin ganz schwindelig, du. Alter. Patschu. 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 Er ist ein guter Tänzer. Aber damit wird er nicht. Patschu. Oh, ich höre auf eine Parish-Haltung zu gehen, Mann. Bleib mal weg damit. Patschu. Hui. Hui. Patschu. 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 Schlecht, nicht schlecht. Gut getanzt. Gut getanzt. Ja, ich probiere den jetzt ein paar Mal, bis ich den habe. Der ist machbar. Der ist easy. Ja, wir sind auch völlig da im Sinne von Zaun. Ja, schmeckt das. Ich bin voll am Start, ey. Pich. Pich. Alter, dieses Pieks ist halt das Beste. Freunde, die Zauber muss ich unbedingt lernen. Wirklich Geräuschkul... Dass die die ganze Zeit unsere Waffen Geräusche machen. Kling. Pieks. Ja. Piu. Ja. Der Zauberer war doch am besten. Patschu. Piu. Patschu. Piu. Okay, du machst Pixi, ich mach Zauberer. Und, äh, denk... Ja, aber der ist ja erst... Der steht ja eine lange Zeit erst mal im Hintergrund. Der wird fürs Ende aufgehoben. Okay. Also, warte, hab ich mir keinen Sau. Das ist normal. Ja, wir sind... Ah, wir kriegst du auch. Guck mal, da hat einer abgeschmackt. Kling, 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 kling. Roll. Wolle, wolle. Hua. Fies. Patschu. 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 Au. Roll. Patschu. 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 Komm mal her, hier. Kling, 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 kling. Aua, aua. Au. Okay, ich bin wieder goldig. Pies. I killed. Patschu. 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 Das macht er mit seinem scheiß rollroten Leuchten. Patschu. 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 Peace. Patschu. 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 Huaaaah. Kling, 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 kling. Peace. Bleiben Sie stehen, haben Sie schon mal den Leuchteschuhen gesehen? Peace. Patschu. 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 Huaaah. Patschu. 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 stürmer vor ach man Aua, hab ja voll den Rücken gestochen. Alter, oh man, ich fühle mich so schlecht als Fatome. Ist auch schwer, wenn man nebenbei so einen Irrenhaut im Hintergrund hat, ehrlich gesagt. Glaub ich. Was hat denn meine Lust zu upgraden? Der Brocco in Zukunft, wenn er irgendwelche mit seinen Sperren greift. Pieks. Pieks. Im Kopf mache ich das schon lange. Das ist Lars. Ich bin schon ganz schön lange da, nur ich habe mich nicht getraut was zu sagen, sonst hätte ich da bei dem Irrenhaus mitmachen müssen. Hey, wir haben drei Gegner, also du konntest auch den dritten sprechen. Und das jetzt Gold? Nee, nee. Doch. Mitgehangen, mitgefangen. Willst du lieber den Zauberer? Das hört man nur bis die Main Attraction, du musst den Gold nehmen machen. Okay. Hey. Lass, möchtest du den Pieks machen oder den Zauberer? Ich mach den Zauberer, der ist am schnellsten tot. Okay. jumpy super kling kling, kling 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 kling,18 kling jing, kling, kling, kling ohja Christ ph openedpage PA PA aus kretkids speechless panphee ein King war also er fehlt er hält schon Gebt mir die Hüterin! Ziel zerstört! Ein Glück! Einfach die bildliche Vorstellung, wie Fabi oder Andi jetzt einfach reinschauen. So was machen die denn gerade? Fieks! Fieks! Alter Fieks! Stumpfieks! Das ist das Fasseste nicht! Das war gerade sehr gut! Hat dir schon Spaß gemacht, dass du den Zug gehst? Schade, dass es vorbei ist. Können wir aber mehr Gegner machen? Ich könnte jetzt so eine Bestrafung Naxos 2 machen, wenn du das möchtest. Komplett Naxos 2! Gut, wir wollten ja eben ein bisschen überarbeiten. Ein paar Sachen haben wir ja gemerkt, dass die nicht funktionieren im Spaßrad und so. Dann können wir ja das einfügen. So fünf Minuten kriegst du... Fünf Minuten? Nur so ein paar finde ich lame dafür. Da gibt's haltere Stoff. Ne, machen wir zehn. Ja, wir können ja mal gucken, so ein paar auf Szenen hören, die nicht so schlimm sind und so wie sowas. Aber das würde dann halt so einfach sagen, ne, du musst einfach kurz den Sound abstellen. Ähm, muten. Ähm, oder so. Mal gucken. Das ist ja auch doof für die Zuschauer. Ich weiß es aber. Zumindest wir quatschen. Die Zuschauer freuen sich doch über unser Sound-Effekt. Genau. Schau mal was. Oder wir machen das wirklich so, wir nehmen kleine Sound-Files auf und wir haben dann so einen Ordner parat, den du einfach in den Game-Files-Ordner ziehen musst für den Sound- und dann werden die wirklich ingame davon ersetzt. Dann hörst du tatsächlich... Das stimmt für ne Idee. Einfach, einfach ne eigene Mod bauen für Dark Souls. Ja, und dann kannst du so ein Häkchen drücken und dann hast du ab dem Moment, so wirklich, wenn du den Knopf drückst, die Sound-Effekte von uns permanent. Jetzt mal, wenn du schlagst, hörst du so... Wutcha! Wutcha! Oder Piks! Ja. Und Beckmann macht die ganzen Tiergeräusche. Ja. Aber... Ich hoffe nur, dass meine impure Stadt nicht verflogen wird. Ja, die Sound-Files, die Dialoge... Ich bin... Ich bin impure. Bitte. Ich bin impure. Ich will... Ja, das ist wieder am Nennen. Das ist auch mit Helena Stimme. Alle beiden wirklichen NSC. Ja. Ja. Aber allein das... 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 Das Laufgeräusch mach ich dann mit so einer Tröte von so einem 30er Jahre Auto. Und dann hörst du die ganze Zeit so... Honk, 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 honk. Ich würde gerne wieder zu einem Stadtgebiet erzeugen. Aber... Verratet er mir ja nur gegen Seelen. Dann hab ich keinen Bock drauf. 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 Kommt. Dann hab ich keinen Bock drauf. Kommt. Ich werde dich sehen. Hanf. Ich werde dich sehen. Ich werde mich sehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja komm, ich mach mal kurz was, weil ich teleporten kann ich mich ja in die Richtung hier nicht Da ja jetzt heute die Folge ist, probiere ich schon hin und her noch ein paar Sachen aus Dann bis die nächste Session entscheide ich mich dann, wo ich dann wirklich mal angehe Das mach ich mal nur, kurze Sache Soll ich nochmal jemanden probieren? Ich meine nicht das Kraut Das Tuit Kraut Na klar, aber wie kam ich denn nochmal eigentlich zu der Lava Lava Gebiet, also so schön durch die Tüben Ist da Lava, Lava? Mr. Bombastic Starefantastic 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 Warte mal, ich würd's hier auch nochmal runtergucken. Alter, der verwackte Sau mitreißen, den gleichzeitig fliegen ist wirklich krank. Kann ich mich hier mit der Kamera reinklitschen? Ah, fast. Da war immer noch nix zu sehen. Die Tür war fest, verschlossen. Ich gehöre ja diesem Balltüter-Ding hier an, ich darf den Baum nicht entschlagen. Balltüter? Balltüter. Balltüter? Du meinst, Herr Gold. Ja, genau. Ja, ich hab Balltüter verstanden. Ich gehöre dem Hagrid-Conor-Cominant an. Ah, ein Hagrid-Conor-Cominant. Nicht, dass die dann Agro auf mich reagieren und ich den Eid presche und Sinn bekomme, weil ich den Baum hier fäll. Agro Berlin. Genau. Ich glaube, ich muss echt mal so Tourette-Tests oder so machen, irgendwie. Ich lasse so einen Hintergrund so, ja bitte, ja bitte, fähre den weg. Gell, gell für euch. Er hat so eine angenehme Stimme, ne? Ja, genau. Ja, ich bin ja nicht in PvP, du Depp. Die große Frage ist jetzt, was passiert, wenn ich den Great Wolf sie flirte? Sie hat ja gesagt, sie ist doch nicht so gut auf den zu sprechen, aber das heißt ja nicht, dass sie das trotzdem scheiße finden. Die sind schon richtig, also die Typ-Dinger hier, die hab ich jetzt mal angeschaut und mir gedacht, nee, die schlag' euch mal nicht, ihr seht mir komisch aus. Da bleib' ich jetzt auch, könnt' ja ruhig gammeln, wenn die Bock haben. Ui! So, ich bin dann gleich weg Ich wünsche euch noch viel Spaß So Ciao Ciao Großer Fan von deinem Design Über Bus Aua Aua Er hat mir wehgetan Okay Lars, ich hab ein Projekt für dich Das was du da siehst, kannst ja jetzt jemanden in der Gruppe beikriegen War ein Critt Hä, wem denn jetzt? Keine Ahnung Nein So gut Fahre uns Fledermäusen oder was? Ja, war gut Also mal bei 189 Die Robin Hoods hier Red Robin Hood, Red Robin Hood, Red Robin Hood, Add Da schaue ich mal kurz was nach Ich stecke Schnau Waffen auf bis 10 Bis 14 Drei Stück Zauber Waffen Zauber Waffen Göttische Waffen Habe ich nicht sonst verstecken können Daran bleibwerfen Das heißt, ich muss irgendwen finden Der mir die Grauenbrocken zu Plus 14 macht Jetzt 1 2 2 Zauber Waffen 3 3 6 5 6 6 6 7 8 9 8 8 9 10 10 10 Boah, ne, ich mische jetzt die Range von dem nicht Okay, bei der Attacke bin ich quasi tot 190, 190, 190 Nehmen wir mal das Minirad da freuen wir sich Gucken was bei diesem Boss jetzt kommt Ah, das spielst du in Njalma, das passt ja zum Boss Oh nein Also Reinieten meinst du Ja, einfach sehr offensiv Wenn ich in Sturmangriffbrille, dann rennst du noch zum Prügelsehen Mach Ja, so ein Boss ist das gar nicht mal so schlimm, würde ich behaupten Okay, Tama läuft Aber warte mal, der Stein da links, den musst du schon mal drücken, der hat dich schief angeguckt Danke Das war richtig, das tut auch super Hinter dir, der darf das Die Pilzmänner da Der Meckler Ich sag ja, in dem Kampf ist das eh kein Unterschied, weil du eh die ganze Zeit hinter ihm stehst und gerade an ihm dran stehst. War knapp, da hast du gut gegengetrunken. Ich muss um den kommen bevor er das macht. Nein! Oh, 191. Ich hab aber fast 30 Tolo gehabt, ey. Richtig schlecht. Naja, wir haben angefangen bei 177. Ja doch, doch. Ja, 20 fast. Also du bist jetzt bei 14. Loll, irgendwie viel mehr im Kopf. Ich dachte, dass ich heute uns den Smoke besiegt habe, ging das ja sogar alles heute. Ich sag mal 176 hast du angefangen und 177 war der erste Tod des Tages. Loll, man sieht den von hier. Das war ein großer Wuffi. Aber der Baum da links, ne? Ich geh direkt neben dir an der Tishivang. Sehr gut, du kannst weiter. 1,5 Minuten hast du noch. Ich will jetzt aber einen schönen Sturmangriff beim reinkommen sehen. Ja, also der stürmt auf dich zu und du konterststürmst den einfach um. Hey! Ich war ja... Hier im Sprunganimation sieht auch so bescheuert ein bisschen aus wie hier. Oh, jetzt hat er ihn in die Ecke gedrängt. Vorteilhafte Position, Angriff plus 2. Oh, da hat er sich gut drauf gemacht. Kritsch. 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 Oh, das läuft gut. Das läuft sehr gut. Yes! Mit Sturmerngriff. Und genau jetzt ist der Kao... Also, wenn das kein Zeichen ist... Jawohl, nächster Wort abgehakt. Ich freu mir. Ist auch ein Fanliebling, würde ich mal sagen, oder? Ja, also der vom Design. Das ist aktuell mein liebster Wolfsfrau vom Design, muss ich echt sagen. Nicht als Wolfs... mein Lieblingstier. Und das kann man... Da musst du mal... Na gut, ich weiß nicht, ich hab da vielleicht auch... Bei uns ist so ein Tierpark in der Nähe, wo du dann so Wolfshows und so hast. Das war ganz cool. Hatte ich, glaube ich, mal geschickt, als ich mit meiner Nichte da war. Mann, ich war geil. Da haben wir so irgendwelche Fragen. Kann ich die streicheln? Ja, nein... Haha. Genau, wer teuer ist, ist dann da in der Lage, den Abgrund zu bescheiden. Und jetzt schauen sie, den hab ich jetzt... Glatt. Kannst du mal hier zum Level hingehen und mal aufrunden? Ja. Hat eh keiner dabei. Gut. Das Item dahinten hatte ich mir geholt schon hinter dem Grabstein. Alles klar. Aber ich glaube, der... der war... Das Item, was ich da hab, das scheint... Kern-Item, das heißt, das war wahrscheinlich wichtig. Aber da weiß ich nicht, was es abgeholt ist. Ich hab dieses... Dunkle Ding, aber ich glaube, da war ich einfach zu blöd und hab die Lampe nicht benutzt. Soll ich das nächste Mal, wenn ich da mal hingehe, probieren, da seh ich vielleicht schon nichts. Alles nur Dunkelheit und komische Lichter in der Gegend und dann fall ich runter. … … Ah, meine Hoffnung. Gut, ist das heute natürlich egal. Alles klar. Ich habe gedacht, dass es ganz rattig wird, oder was? Yubi-Code. Ah, I feel the pain. Warte mal, da kann ich... Da kann ich noch helfen. So. Jetzt ist er rund. Warte mal. Entschuldigung. Dramatische Musik Bdünnie Assohie Da muss ich ja wieder komplett durch... Ding durch ey. Ne, dann nehme ich lieber den Shortcut. Nehmen wir die 15 mit. So. Oh, der war ja da. Warte mal, das geht aber auch so ein bisschen. Da hab ich natürlich schon eingebildet. So, der Quillack will ich in die Richtung. Da muss ich kurz überlegen, welcher Aufzug das jetzt nochmal war. Jetzt wollen wir auch die andere Brust. Dann soll ich hier auch eine goldene Wand sein, weil in Leulondo hat er ja gesagt. Das hat er ja erzählt. Ja. Oh Gott! Ah, zu weit ist gelootet! Sah mir schon so komisch aus, ich bin drauf eingefallen. Oh, guck mal hier, hochwertige Waffen mit mächtigem Siegen. 92. Ich kann auch lieber 1 zu lagen. Ja klar, ich mach gleich 10, alles gut. 80. Gerade Schwert. CC. Geht aber auf Stärke. Kann deswegen mit Aktiven nicht aktiv genutzt werden. Ah ne, gar nicht. Liegt da ein Wille. Krass. An dem Wille liegt das... Ach so, Wunder. Okay, gut ja. Gut, dann würde ich sagen, wenden wir die Folge hier. Die anderen beiden Folgen waren ja schon über Länge, deswegen ist die ein bisschen kurzer, nicht unbedingt kürzer. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020